Geld verdienen mit Apps, indem man Spiele spielt. Und zwar, willkommen zu diesem Video, heute geht es mal um die App PlaySpot, Spiele spielen, Euros verdienen. Link dazu ist in der Videobeschreibung und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Wir gehen mal hier auf einen Screenshot und zwar man spielt hier verschiedene Apps und verdient dann, indem man die Apps spielt und diese Apps gut spielt, verdient man dann Coins, wie wir sehen hier plus 1000 Coins. Dann hat man hier jeden Tag verschiedene, ja, Missionen, verschiedene Apps, die man spielen soll und dann hat man hier oben seine Coin Balance, das heißt, wie viele Coins man aktuell gewonnen hat und dann kann man sich diese Coins dann umtauschen lassen, entweder halt in, ja, verschiedene Gutscheine, zum Beispiel Amazon-Gutschein, Google Play-Gutschein oder auch das Ganze auszahlen lassen über Paypal oder direkt über die Bankverbindung. Lerne jetzt, wie du es schaffen kannst, mit TikTok über 400 Euro zu verdienen. Klick auf den Link in der Beschreibung, dort kommst du zum Infovideo. Ja, das Ganze funktioniert, ist seriös und ist eine schöne Methode, um nebenbei am Handy ein bisschen zu spielen und Geld zu verdienen und natürlich, sei gesagt, man wird hierdurch jetzt nicht reich und die Beträge sind jetzt auch nicht extrem hoch, aber wenn man, ich sage mal so, wenn man schon am Handy spielen will, dann sollte man, finde ich, das Ganze auch nutzen und noch ein bisschen was dazu verdienen, damit man ein bisschen was davon hat und da finde ich, ist diese App auf jeden Fall geeignet zu Mitspielen von Apps Geld zu verdienen. Ich hoffe, das Ganze hier hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Abonniert diesen Kanal für weitere Videos zum Thema Geld verdienen mit Apps und so weiter und so fort. Tschüss! Geld verdienen mit TikTok. Kann man überhaupt Geld verdienen mit TikTok? Falls ja, was muss man genau machen? Was muss man für Voraussetzungen mitbringen? Und wie funktioniert das Ganze? Und bevor ich jetzt anfange zu erklären, ja, wie geht das überhaupt, was muss man machen, zeige ich erstmal meine Einnahmen, weil wenn ich jetzt keine eigenen Einnahmen hätte, könnte ich das natürlich nicht auch zeigen oder erklären. Und um zu beweisen, dass das Ganze kein Fake ist, zeige ich dir jetzt mal meine Einnahmen von einem Tag und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert und wie du das Ganze nachmachen kannst. Ja, ich aktualisiere mal kurz, dass du siehst, dass es auch kein Fake ist. Und zwar heute habe ich bisher 400 Euro verdient und das Ganze ist netto. Wenn wir uns das Ganze mal brutto anschauen, ich aktualisiere wieder, sehen wir hier auch 530 Euro brutto und netto eben 400 Euro und ja. So, was benötigt man jetzt, um Geld mit TikTok zu verdienen? Viele Fragen habe ich hier mal aufgeführt, beziehungsweise die drei häufigsten. Braucht man viele Follower? Nein, man braucht nicht viele Follower. Auch ich habe nicht viele Follower und habe auch mit meinem Account, mit dem ich gestartet bin und das erste Mal Geld mit TikTok verdient habe, auf dem hatte ich kaum Follower, das heißt gerade mal so 800. Und habe damit schon Geld verdient. Kann man es als Anfänger machen? Ja, man kann es auch als Anfänger machen. Man benötigt nicht besonders viel Wissen über Social Media oder TikTok insgesamt. Und ja, die genaue Erklärung bekommst du allerdings auch noch. Muss man über 18 sein? Man muss, wenn man es komplett alleine machen will, über 18 sein. Ja, es geht aber theoretisch auch unter 18. Das heißt, man kann das Ganze auch über seine Eltern machen. Und dann kann man es auch unter 18 machen. Und bis man dann 18 ist, macht man es halt über seine Eltern. Wenn man dann 18 ist, macht man es halt alleine. So verdienst du nun Geld. Das Ganze ist hier extrem schnell und einfach erklärt und vereinfacht dargestellt. Und zwar, der Ablauf sieht folgendermaßen aus. Die Zuschauer kommen auf den Shop bzw. die Webseite und dadurch verdienst du Geld. Wie funktioniert das Ganze? Ich werde das Ganze auch anhand einiger Praxisbeispiele erklären, allerdings jetzt erstmal in der Theorie. Die Zuschauer sehen ein Video. Das sollte im Idealfall ein virales Video sein. Wie man virale Videos erstellt, dazu kommen wir noch. Dadurch, dass die Zuschauer das Video sehen, gehen sie auf dein Profil. Und in deinem Profil hast du einen Link, einen sogenannten Partner bzw. Affiliate-Link, wie schon erwähnt. Und auf diesem Link folgt dann eine Webseite. Diese Webseite bietet dem Kunden die Möglichkeit, Sachen zu kaufen. Das heißt, wenn er über dich, über deinen Link auf die Webseite kommt und was kauft, dann verdienst du dadurch Geld. So, du hast jetzt gesehen, ich habe 400 Euro am Tag verdient mit TikTok. Und wie ich das Ganze geschafft habe? Ich habe eine komplette Strategie entwickelt, mit der es jeder schaffen kann, auch als Anfänger und auch mit wenig Followern, Geld mit TikTok zu verdienen. Und ich denke mal, jeder, wenn er diese Strategie rausfinden würde, würde das nicht gratis weiter sagen. Und das werde ich auch nicht machen, weil es würde keiner machen, diese Strategie einfach gratis rauszugeben. Weil, was würde es mir bringen, das Leuten gratis einfach zu zeigen? Und zwar gibt es die komplette Anleitung für nur 67 Euro. Das Ganze ist ein extrem günstiger Preis, weil man die genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommt, die man einfach nachmachen muss. Und dadurch verdient man bis zu 400 Euro pro Tag. Das heißt, wenn du hier einmal die 67 Euro ausgibst und anstatt diese 67 Euro mal für das nächste T-Shirt auszugeben, was dir sowieso nichts bringt oder was du sowieso ein, zweimal anziehst und dann bringt es nichts mehr oder das nächste Kleidungsstück oder irgendeine unnötige Ausgabe, investiere hier einmal diese 67 Euro, verdiene dann dein Geld mit TikTok und das bringt dir viel, viel mehr. Also, Link in der Beschreibung zum Kurs, hol dir den und verdiene Geld mit TikTok. Viel Spaß dabei! 2 Minuten 3 Euro verdienen, wie funktioniert das Ganze? Und zwar mit dieser App hier, 10 Runden Live-Quiz und Geld verdienen. Ja, ich habe in diesem Video bzw. in dieser Überschrift gesagt, in 2 Minuten 3 Euro verdienen und das Ganze ist sogar noch untertrieben. Das heißt, wir haben hier 10 Runden a 10 Sekunden. Das heißt, wir sind hier bei 100 Sekunden, also insgesamt sogar weniger als 2 Minuten. Und in diesen 100 Sekunden spielt man eine Runde Quiz. Und das Besondere hierbei ist, man spielt bei diesem Quiz um echtes Geld, das heißt, man kann echtes Geld gewinnen. Und pro Runde ist es so, dass dann der Gewinn, hier beispielsweise haben wir ein Jackpot von 1000 Euro, der muss natürlich nicht so hoch sein. Das kann auch bei niedrigeren Betrag liegen und pro Runde, die eben 100 Sekunden geht, wird der Gewinn dann aufgeteilt. Und im Schnitt kann man dann so 3 Euro gewinnen, wenn man gewinnt. Und das heißt, man hätte hier in unter 2 Minuten 3 Euro Gewinn gemacht. Link zu der App ist in der Videobeschreibung. Ansonsten kann ich hier nochmal ein paar Screenshots einblenden. Und zwar, so sieht eine Quizrunde aus. Das heißt, man kennt sich ja von anderen Quiz-Apps schon. Hier muss man einfach die Fragen richtig beantworten, dann kommt man weiter. Und die Gewinnauszahlung ist per Banküberweisung. Das heißt, das Ganze ist auch seriös und funktioniert. Und so kann man sich mit einer kleinen App, einem kleinen Spiel für zwischendurch, nebenbei was dazu verdienen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geld im Schlafverdienen. Und zwar, das Ganze funktioniert mit der Honeygain-App. Geld mit der Honeygain-App verdienen sieht folgendermaßen aus. Und zwar, man muss eigentlich nichts machen, außer sich die App downzuladen. Das Ganze geht auf honeygain.com. Man kann sich das Ganze für Windows holen oder auch für Android. Und auch hier für Apple, für den Mac. Und dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wenn man sich die App downloadet hat, muss man eigentlich nichts mehr machen, außer man muss der App Datenvolumen geben, was man nicht benötigt. Das heißt, wenn man beispielsweise 30 GB im Monat hat, aber benutzt nur 20, da hat man diese 10 GB, diese 10 GB, die überschüssig sind. Und diese stellt man dann der App hier zur Verfügung, dass die damit dann arbeiten können und das Datenvolumen für Unternehmen zum Beispiel nutzen können. Das Ganze funktioniert auch, soweit ich weiß, mit WLAN. Das heißt, man kann auch mehr Datenvolumen zur Verfügung stellen. Und das Ganze, wie man hier auch sieht, ist es hier aufgeschrieben, wie es funktioniert. Man installiert das, verbindet seine Geräte mit dem Netz. Und dadurch, dass man die Geräte mit dem Netz verbindet und ihnen Datenvolumen zur Verfügung stellt, verdient man Geld. Und ja, wie gesagt, es wird nur das ungenutzte Datenvolumen benutzt. Das heißt, wenn man selbst sein Datenvolumen benötigt, wird das Ganze natürlich nicht verwendet. Und hier kann man auch nochmal das Einkommen schätzen, beispielsweise hier bei 1 GB, 3 Euro pro Monat, muss man auch sagen. Und ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, nebenbei, also auch im Schlaf Geld zu verdienen. Kann man einfach verwenden und man hilft dann mit Unternehmen, in Zukunft besser zu arbeiten, weil sie bessere Daten haben und man wird dafür bezahlt. Und ja, man hat hier auch noch einen Bonus, wenn man hier bei Honeygain mitmacht und das Ganze dann selbst benutzt und zufrieden ist, kann man das Ganze auch an Freunde schicken oder auch an Bekannte, je nachdem, wem man das empfehlen will. Und bekommt dann auch noch 10% von den Einnahmen, die die anderen erhalten. Und ja, ist eine sehr, sehr gute App, wie ich finde. Und natürlich wird man da jetzt nicht mega viel verdienen, obwohl man kann hier das Ganze mal anschauen. Wenn man jetzt bis zu 100 GB hat, kriegt man 300 Euro im Monat, ohne dass man eigentlich irgendwas macht. Und wenn man sich jetzt das Ganze mit dem WLAN verbindet, dann kann man hiermit schon ganz gut was verdienen. Also, wie gesagt, die App gibt es, soweit ich weiß, noch nicht im App Store, nur auf der Webseite honeygain.com. Und es ist an sich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, nebenbei, ohne was zu machen, im Schlaf Geld zu verdienen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonniert diesen Kanal für mehr Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.